Hi, stark fühle ich, dass du da reinschaust. Heute geht es darum, dass ich empfehle, Proteinquellen zu rotieren. Im letzten Video haben wir schon darüber gesprochen, dass Neuge-Protein das Standard-Protein ist, welches ich empfehle. Blöderweise hat jedes Protein das Potenzial, Lebensmittelunverträglichkeiten auszulösen, die sich dadurch äußern, dass du einen Blähbauch hast, beziehungsweise zwei bis drei Stunden nach deinem Post-Workout-Check immer noch keinen Hunger. Um dem vorzubeugen, beziehungsweise um dafür zu sorgen, dass es wieder weg geht, wechsel alle drei bis sechs Wochen deine Proteinquelle. Erbsen-Protein ist eine Möglichkeit, veganes Mehrkomponenten-Protein-Molka muss schon behandeln. Rinder-Protein, was ich nicht da habe, ist ein Ei-Protein. Alle drei bis sechs Wochen, wie gesagt, rotieren und du wirst keine Probleme mit Lebensmittelunverträglichkeiten haben. Gleiches gilt dafür, wenn du nicht die Möglichkeit hast, ein proteinreiche Mahlzeit-Snack zu dir zu nehmen und Protein supplementieren musst, auch da achte darauf, deine Proteinquellen zu rotieren, sorgt für eine schnelle Radiation und bessere Ergebnisse im Training. Rinder-Grün hat den Tag eine Fläche, die auf der Nachteile einer Seite verwenden Sie eine Fläche, die in der Nachteile- bzw.